Hüpfen, hüpfen... Und hoch hier. Perfekt! Ich geh' immer auf den Wettel. Aber ich muss ein Niveau aufgehen, ich kann rübergehen. Und noch eine Feder! Feder! Special-Item-Feder! Und es geht los, Bosskampf! Boah, den, den mag ich nicht. Hab' ich gespeichert? Ja. Ach... War grad so. Ich... Ich muss auf die Olle, ne? Ja. Und Zeit ist knapp. Ey, ihr seid doch kacke! So, jetzt aber, komm hier! Ja, eins. Zwei. Scheiß ich jetzt drauf. Und drei! Uh! Perfekt! Und die Oschi ist auch tot. Ich kann doch mit ihr Bocken nicht annappen! Ich bin doch nicht gleich. Nur, wenn ich's geschafft hab. Die macht das nur, ne? Ja. So süß auch, sagt der. So, jetzt saut er ihm den Besen alle runter oder was? Nee. Ich merke schon. Er schrubbt sich rein, soll ich sagen. Wendy O. Cooper in Castle Nr. 6 Nr. 6 Has given her last strip show. Much to the relief of anyone. The sunken Pornship is Mario's next goal. Remember to bring plenty of rubbers. Alles klar. Wendy's Horror House. Continue and safe. So, ich muss das Mikro jetzt mal wieder ordentlich machen. Alter, das hat schon immer ne Stunde gehalten. So, ab zum gesunkenen Pornoschiff. So, jetzt ist er irgendwie wieder ordentlich. Alles hat der Typ jetzt so gelassen. Außer die Namen. Ist ja auch toll. Tolle Arbeit. Echt so gut gemacht. Hat ja auch so viel Anstrengung. Obwohl man kann nicht mehr gerne, er hat. Doch, reichlich viele Level schon gehackt. Alles in allen. Wer ne Stunde oder so Spaß haben will. Super Mario World Tag. Könnte ich den hier empfehlen. Aber... Scheiße. Aber danach, wie gesagt, noch der normale Super Mario World. Äh, das normale Super Mario World. Ihr scheiß fucking Geister. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Nein! Nein! Ja, nein! Ja! 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 er wurde mich verarschen, jetzt kommt der Scheiß auch noch dazu Ja, es ist vorbei, glaube ich hoffe ich, denke ich Aber so blöd du bist alleine von links von mir hingegangen Tee, te, 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 te Oh, müsste mich jetzt verfolgen, auch das ist eine Röhre, okay, das heißt, hier ist zu Ende BAM, starst du So, ja, ein Stern, was gibt es jetzt hier? Ist mir doch scheißegal Ja, Pilzen würde ich nicht gelassen Wollt ihr ruhig alle Uh, ich bekelle euch Oh So, was gibt es jetzt hier noch schönes Was hier ein paar Münzen einsammeln Ich hab zwei genug Leben und ich brauch eigentlich nicht wirklich Leben wegen des, weil ich Safe States hab Oh Und da kommen wieder meine Safe States Einmal mal ganz nach rechts, dann würde ich schon gut gehen So, Special Ball Und das war mein Special Ende, ich musste nicht durch so ein komisches Tor, sondern eine grüne Perle einsammeln Wo irgendwo im Spiel erklärt wird, was die wirklich zu bedeuten hat So, Hackfresse geht auf Und Value of Bowser Nummer eins Kommt jetzt Ich hab's bald geschafft, das Spiel Den Hack Und damit auch mein erstes Projekt von Der Rosa Yoshi Ich hab endlich mal meinen Namen richtig ausgesprochen Äh, richtig Gesagt Allgemein Mir ist aufgefallen Ich hab mit den ersten Parts die ganze Zeit gesagt Das Rosa Yoshi Aber ich heiße auch DER Beziehungsweise mein Kanal heißt es so Also, ne Ich wundere, ne Oh Oh, diese riesen Mounties, die sind cool Schön fett mit Sonnenbrille rennen sie hier rum Die haben's drauf Oh, brauche ich nicht Normal Safe Point Oh Du Ich hab gesagt du bist cool Und drei Apps Was gibt's denn denn noch so schönes alles? Nein Ich bin in der Falle glaube ich Ja muss ich wohl einen anderen Weg nehmen. Oh, ich hab ihn gekillt. Oh, mein coolen Freund. Ich hab ihn gekillt. Mein Gott. Ich kill dich auch. Du bist scheiße. Du bist auch scheiße. So. Ich war hier. Was musstest du da lachen, als ich ihn gekillt hab? Ja, ich hab da fette Dinge gekillt. So, es kommt wieder ein Bonus-Level. Ich hoffe mal, jetzt krieg ich hier wenigstens ein paar Leben, obwohl ich den nicht brauche. Bonus-Game natürlich. Bonus-Game. So, vorher speichern. Sieht auch schon mal nicht schlecht aus. Ja, ein Leben. Ich bin glücklich. Mehr brauche ich nicht. Das heißt, es gibt mehrere Ausgänge und das ist ein dickes Level. Oh, das ist das, was ich vorhin dachte. Denke ich. Ich denke, das ist das, was ich vorhin dachte. Logisch, oder? Nein, nicht der Special-Panzer. Ich sag euch die Stelle, die ich meinte. Wenn die einkommt, falls das dann wirklich das richtige Level ist. Los. Ja, Schieb. Mein Zell. Und den total unnützen Speicher, weil ich Save-States hab. So. Ah, ich hab ja kein Yoshi, ich stimme dafür, aber auch mal hier ein Yoshi. Das rosa Yoshi. Oh, verstehe ich nicht. Das war irgendwie ein Star-Special gerade. So, und jetzt geht's mal los. Übrigens, das hier ist scheiße. Vor allem, weil man hier voll die Zeit auch verbraucht. Ah, nicht eingeklemmt werden. So, und los geht's. Oh, ich muss warten, bis ich hier oben bin. Damit ich da rechts unten ins Loch rinke. Ich habe gerade wieder einen Blick abbekommen. Das bedeutet, hör doch mal auf, so 32 zu reden. Rechts unten ins Loch rein. Was denkt ihr euch denn hier pervers ist? Ich weiß ja selbst nicht. Schulter der Mittelschüttel. Also, ich weiß ja selbst nicht. Also, ich weiß ja selbst nicht. Also, ich weiß ja selbst nicht.